Entschuldigung Sie, Entschuldigung, sind Sie YouTuber? Ja. Sind Sie YouTuberin? Ja. Dürfte ich ein Foto mit Ihnen machen? Was geht? Kurze Frage, suchen Sie einen Sonntagsjob auch? Sonntag? Sonntag. Nein, haben wir gar nichts zusammen dazu. Sonntag ist nichts. Nein, da ist gar nichts bei uns. Sonntag ist bei uns zu. Dankeschön, danke. Hey, du hast was verloren. Du hast was verloren. Die Geschwindigkeit. Jetzt gerade, jetzt gerade Prank machen wollen. Ja, Bruder, hallo. Wollt ihr ein Grüß und irgendwas machen? Ja, wir haben eine Familie. Armin, Armin, Armin und Lars und Petrus. Und Johann und Kadem. Jetzt wollte ich gerade wirklich einen Prank machen und dann Abonnenten getroffen. Wahnsinn, wie geht's euch? Alles okay? Ja, alles okay, auch gut. Ja, auch wieder einer. Wie geht's? Wie geht's? Kurze Frage, haben Sie Semmelbrot? 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 Schauen wir mal. Blödenbrot haben wir. Ach so, aber Semmelbrot nicht. Nein, aber ich glaube, das ist das selber. Wir gehen schon jetzt in der Kirche. Ich hoffe, es scheint. Ja. Da gibt's was, das heißt Semmelbrot. Ist das selber? Ja. Das ist Semmelbrot? Ja. Passt. Dankeschön. 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 Jo, Freunde. Menschheit hat's geschafft. Semmelbrot, jetzt im Handel. Sollte ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, nein, nein. Irgendwie. Sie sind sehr motiviert. Und soll ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Irgendwas machen? Nein, nein, danke. Ich bin hier fertig. Passt. Dürfte ich vielleicht ein Foto mit Ihnen machen? Ich fühle mich halt ein bisschen alleine. Ja, genau. Passt. Komm her. Mach ein Foto. Sehr nett von Ihnen. Sehr nett. Danke. Sehr nett von Ihnen. Danke. Top Mensch. Danke schön. Tschüss. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.